So, hier haben wir nochmal die Fuhara und die Fuhara ist so eine coole Hündin, super freundlich, versteht sich mit Brüden wie auch Hündinnen. Hallo, ist voll anhänglich, verschmust, total nette, freundliche Lady und Leute, wir brauchen eine Pflegestelle für sie. Die Fuhara hat eine Herzwurmerkrankung, was eine längerfristige Behandlung bedarf und wir suchen halt dringend jemanden, der das in Deutschland mit ihr macht. Das ist kein Hexenwerk, man soll sie einfach dabei gut im Blick haben, weil das Absterben der Würmer macht halt echt unter Umständen Probleme. Superlieb, superlieb, superlieb. Die macht total Spaß. Und sie hat auch echt Bock, was zu machen, rauszugehen. Hey! Also, bitte. Regestelle gesucht. Kann doch nicht ein Ding der Unmöglichkeit sein. Hallo, Ali, hallo. Ali, 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 hallo. Ali, hallo, Ali, hallo. Was ist denn da so interessant gerade? Was ist denn so interessant? Oh, sie wollen ausbrechen. Nein, nein, nein. Vielen Dank.